Der hat hier echt noch einiges vor. Wir mussten früher aus der alten Wohnung als wir wollten. Stopp! 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 Wieso können wir die Musterwohnung vergessen? Ich finde eine Lösung. Beruhig dich. Du weißt doch selber, wie viel Pech wir haben. Material, Fehler, Lieferengpässe... Ja und du weißt, wie wichtig das hier für uns ist. Wie kriegen wir das hin? Ihr seid unsere neue Nachbarn. Doreen! Hey, wir machen es uns hier schön, wirklich. Sprecht! Ich würde dich niemals feuern, Rainer. Ich hatte einen zu Hause. Die hätten uns so oder so rausgeschmissen. Das hat doch gar nichts gebracht. Kam schon. Wir nehmen uns einen Anwalt. Dann lässt du dir einfach so alles wegnehmen. Vielleicht wollen wir zu viel. Los! Ich hoffe, wir bleiben für immer hier. Natürlich.